Ich habe gerade einen halben Baum gefällt. Z, z, z. Wie willst du das aufteilen? Was willst du denn machen? Ich verstehe das nicht. Eine Kiste craften, ne? Muss ich ja einmal außen rum. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass wenn ich das 64-Stack in der Hand habe und das schon einmal gezogen habe, dass der automatisch die Dinger verteilt? Ja, klar. Hab du gesagt, anwäligermaßen das gedrückt hat. Geht nicht. Was machst du denn da? Ja, passt schon, hab schon. Ich meine quasi, dass ich nicht achtmal im Kreis rumgehen muss. Ne, einmal. Die können wir auch das gedrückt halten. Werkzeuge wollte ich. Werkzeuge. Dann. Jetzt werde ich wieder zu Hause. Ja. Hoffe ich. Hier ist es doch. Wir wohnen eher da. Ich glaube, da brennt jetzt gerade ein ganzer Baum ab. Irgendwie kam da Lava raus, als ich da die Kiste aufgemacht habe. Bottles. Erde. Erde. So. Da bin ich wieder Handlung. Und das kreist um mich herum. Achso, es waren die Items, die man noch... Du kommst mal in Stapel gespielt. Der kreist jetzt um mich herum. Ja, und das ist Magnetization. Das heißt auch jetzt quasi, wenn dein Inventar voll ist, kreisen die Items trotzdem auch nicht rum. Das könnte allerdings ein bisschen anstrengend werden. Ja, ja, hab schon... Wo ist denn hier Essenz? Wo ist denn hier rein? Okay. So. Die Kiste habe ich jetzt schon leer gemacht. Ja. Da kommen keine Essenz rein. Nicht? Ne, was steht denn da drüber? Ah. Weiter links an der Tür. Der bringt mir hier meine ganze Ordnung durcheinander. Merkt ihr das? Gar nicht wahr, du hast doch aufgepasst. So. Das kann hier rein. Wo kommen die ganzen Blumen rein? Das ist schon ein ganzes Blumen? Ja. Wo denn? Ein bisschen weiter hinten, ne? Blumen. Kann ich da auch irgendwie Samen reinpacken, bestimmt, ne? Ja, habe ich auch schon gemacht. Spider-Eye. Spider-Eye, Spider-Eye. Mach doch, was immer ein Spider-Eye macht. Was macht denn so ein Spider-Eye? Es läuft an der Decke. Äh, läuft. Mhm. Was sind das auch noch für Schiffe, die keine Piraten-Schiffe sind? Sind da auch Bosse drauf? Aber natürlich. Ne, da sind Mobs drauf. Mobs-Spawner. Ob direkt ein Boss... Ja, eine gute Frage. Ich suche eigentlich Spinnen, aber ich bin keine. So, nochmal die Rüstung wegpacken. Ach, die Schüge, auch wenn sie fast kaputt sind, ziehe ich mir jetzt mal an. Mit diesem Stab ist man schon mal am schnell unterwegs, oder? Ja, das stimmt. Aber es ist halt sehr angenehm, ne? Weil, ich sag mal so, bis teilweise der nächste Dungeon kommt, ähm, das kann schon ein bisschen dauern. Na ja, im Moment haben wir noch genug hier um uns herum. Na ja. Nicht? Ja, viele nicht mehr. Unter hier schauen wir doch noch ein Beispiel, oder? Äh, ja, die in der Wüste. Aber keine Ahnung, ich glaube, dass das teilweise nur so Tempel sind, wie sie im normalen Minecraft auch sind. Und was war unten? Warum sind wir eigentlich den Baum mal nach unten gegangen? Weißt du was? Hm, nein, da waren wir noch nicht drin. Sollen wir nochmal reingehen jetzt, oder? Ich weiß nicht, du sortierst gerade. Ja, im Moment sortier ich noch, das stimmt. Ich muss eigentlich einfach gucken, wenn es mir zu gefällt, geht, hau ich wieder ab. Ich höre mich hier spinnen, das ist gut, weil Spinnen brauchen wir. Geht einfach nur Spinnen töten. Ich höre hier Spinnen und hier ist eine Druckplatte. Warum will ich nicht auf diese Druckplatte auftreten? Das kann ich dir nicht sagen. Was sind denn diese Spinnen, die ich hier höre? Vielleicht sind die auch weiter oben. Gehen wir nach oben. Ich hoffe, sie sind auf jeden Fall Spinnen. Ich weiß noch nicht, wo sie sind. Oben waren wir ja schon den Baum, ne? Äh, ja, oben ist komplett clear. Wir haben auch keine Spinnen. Wo sind denn die Spinnen, die ich gehört habe? Kommt der Zombie her? Dann wahrscheinlich irgendwo aus einer dunklen Ecke oder so. Ja. Möchte ich diese Platte nicht auslösen. Warum nicht? Habe ich was gegen? Da hat er was gegen. Ich habe keine Fackeln dabei, das ist natürlich auch so intelligent von mir. Äh, ja. Weil sie Spinnen hören sich so ekelhaft an. Ähm. Ich habe ein bisschen Angst hier. So, was haben wir jetzt noch dabei? Ich sehe diese Spinnen nicht. Wo sind denn diese Scheißspinnen? Ich höre die ganze Zeit, weißt du? Ja, ich konnte das nicht sagen. Ich bin gerade nicht da. Kohle. Boah, diese Spinnen spielt über mich nicht herum. Ich komme erst mal nach Hause, glaube ich, weil es wird nämlich schon wieder dunkel. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder nicht. So, und das haben wir noch. Das und das. Was ist denn schon wieder so dunkel? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Geblubbert wird hier nicht. Doch, ist mein Blubberblasentee. Warte mal, ich mache mir bald hier einen Firestar und dann verbrenne ich. Ich wollte dich jetzt nicht blubbern. Du bist nur genau in dem Moment, als ich dich aufmachen wollte, hast du die auch aufgemacht. Als du über mich drüber fahren wolltest. Drüberfahren? Mist, mein Stab ist schon halb kaputt. Oh, ein Creeper. Ich habe gesagt, mein Stab ist schon fast kaputt. Tja, was machst du auch so viel? Pum. Oh, da war noch ein Creeper. Cool. Da hat es Puff gemacht. So, ich bräuchte mal wieder eine Spitzhacke fällt mir gerade auf. Bottles, haben wir noch eine Bottle dabei? Nö. Ich habe einen Enderman gefunden, der Pott ist hier oben, aber der stört mich ja nicht. Ach du, wenn es ihm Spaß macht. Ich gucke mir gerade um, ich höre hier viele Viecher, aber ich sehe keine. Dann hätten wir hier noch ein Buch. Gleich hier unten runter. Hier. Hier ist verschiedene Farben wie Gewolle unten drunter. Oh, ein Spinnenreiter, geil. Spinnenreiter? Die Spinnen gefunden sind hier unten drunter. So, das heißt, ich habe jetzt wirklich 40 Minuten sortiert? Ja, genau. Sehr schön. Aber? Beturch. So, den Stab können wir hier zu den Essenzen packen, denn den brauchen wir. Und hier in die letzte Kiste können wir mal den Mist packen, da wo ich nicht weiß, wohin vorerst mit dem. So, ich bin wieder soweit. Cool. Aber ich brauche noch eine Spitzhacke ganz dringend. Kannst du jetzt zu mir kommen, ich bin jetzt gerade auf dem Weg unten in den Baum rein. Hier ruht. Das ist ja eh klar, wenn man nichts wegschmeißen kann, weil alles irgendwie hinterher magnetisiert wird. Der Kleine. Ja, das wird zum Problem, das stimmt. Kann man das nicht irgendwie wegschmeißen trotzdem? In der Kiste, ja. Super, habe ich eine Kiste. Ich glaube, oben im Baum war ein Moment. So, Eisen. Eins, zwei, drei. Gott sei Dank, da. Behalten wir mal. Das wollte ich doch behalten. Und ein bisschen Holz nehmen. Das tun wir weg, das tun wir weg, das tun wir weg. Das tun wir weg. Was ist denn? Tusk. T-U-S-K. Tusk, Tusk. Müsste ich sehen, wie das Item aussieht. Kann man nicht so mehr erkennen. So, ich werde jetzt mein Schwert auch mal kurz verzaubern. Bleiben wir nochmal aus den Emerald Shards an andere Pieces. Rechts klicken. Acht Stück. Dann teilt er das. Du brauchst immer auch, dass es geht. Ja, ich habe 64 oder so. Achso, die muss ich im Inventar haben, okay. Ach, weißt du, was ich gerade feststelle, mir bringt das Verzaubern eigentlich rein gar nichts. Keine Bücher, Regale. Komm, du sagst mal, was du verzaubern willst. Unbreaking voll und Sharpness 5. Ja, nee, da brauchst du ein Bücherregal. Ich bin mal nicht auf die Druckplatte getreten. Und im Keller? Ja, ich auch noch nicht. Ich bin auch mal drum herum gerannt. Aber du bist schon runtergesprungen. Okay, da war ich noch nicht. Na, ich kämpfe gerade gegen Necromancer. Und habe hier eine Menge Creeper am Arsch. Oh ja, ich sehe es. Ah, du schoß mich ja nicht in die Richtung. Ich sag mal, für ein bisschen dicht hier, ne? Ups, so. Ne, jetzt kämpfen wir. Wo sind denn der Nekro hin? Keine Ahnung. Der Nekrofussel. Ah, hier. Aua. Auf jeden Fall ist hier genug Teppich. Ich sehe den gar nicht, wo sei denn da. Aua, Mann, was ist das für ein Villager? Boah, pass auf, da ist eine, da ist eine Bossspinne. Ich sehe nichts mehr. Ja, auch nicht. Oh, ich bin betrunken. Boah, scheiße. Oh, wow. Fuku. Wo ist die Spinner? Hier. Aber die müsste gleich da sein. Oh, der Nekro hat schon wieder irgendwas geschmissen. Spinn ist dauernd, ja. Wo ist der Nekro-Manzer? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, oder was? War der Tod? War der nicht gerade noch da? Okay, aber ich habe zwei Strings. Wow. Das ist schon mal nice. Hier ist schon, du hast was gefunden. Ach, da ist der Nekro. Ah, hier habe ich die Treppe gefunden, die da unten führt. Ah. Ich habe sie in den Jahren. Ja, ja, klar. Haben. Nee, ist noch nicht tot. Sicher. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich bin backt hier im Boden, jetzt ist er tot. Hat der Welt, der wenigstens was anstehend ist dabei? Diamanten, glaube ich. Ich habe offenbar jemanden in den Taschen, den ich vorher nicht hätte. Und einen komischen Cursed Bone. Bist du schon wieder voll, weißt du? Das ist hier die Frage, was macht man mit diesem Fur Clothes Helmet? Ich nehme mal einen mit. Ups. Ich bin gerade auf die Druckplatte gelatscht. Ich bin hier schon voll. Kaktus Clothes Helmet. Kann man den aufsetzen? Du hast dich verzauberter Russland drin gelassen. Warum nimmst du die verzauberte Rüstung nicht mit? Weil das nur eine Kette ist. Siehst du mein Gesicht? Ja, ja. Das ist der Kaktus Creeper. Oh Mann, ey. Oh, Schande. Eigentlich könnte ich ihn anziehen. Der Blast Protection. So, rennen wir mal als Kaktus rum. Hallo. Du kannst nur eine Show, oder? So weit, Prüfer. Ja, keine Ahnung, ob da auch was in die Luft fliegen kann. So. Das war mal einfach drauf raschen und dann wieder weg. Boom. Das war aber ein Creeper. Ach, die Creeper spawnen hier. Warte, wenn du auf die Rückfahrt schrittst du aber was? Ja. Boah, gerade noch weggeblockt, ne, den ganzen Schaden. Oh, mir fliegt schon irgendeinen Scheiß rum, ey. Hast du eine Kiste dabei? Nö. Ich mach mir eben eine Kiste, warte. Ich kann auch durch die durchlaufen, dann müsste ich's aufsammeln. Glaub ich. Ne, scheinbar nicht. Nö. Äh, ich hab übrigens Bücherregale gefunden. Das ist doch nice. Sie sollten nur nicht in die Luft fliegen. Bücherregale? Ja. So, jetzt mach ich irgendeine Kiste und pack da irgendeinen Scheiß rein jetzt in die Kiste. Dass ich eh nicht mehr brauche. Gehirne, verrauchtetes Fleisch. Das da... Ne, die Wind ist jetzt nicht mehr besser mit. Das brauche ich ja noch, den Goldbarren brauche ich jetzt auch gerade nicht. Hattest du eigentlich das Leder mitgenommen? Ja, wieso? Nur so. Weil ich hab auch noch, wie viel Leder hast du denn jetzt? Acht. Acht. Ich hab drei. Weil hier war nämlich in einer Kiste ein Backpack drin. Also das heißt, wir können jetzt... Oder du nimmst das und ich mach mir ein neues. Was? Was? Was?